Ui, Chiefman entlockt. Kunstschuss. Ach, das war der, den ich vorher nur ein bisschen erwischt habe. Wenn es hier jetzt aber so weit geht, dann hätte ich vielleicht doch den Aufzug nehmen sollen. Dann war vielleicht der Aufzug dieser Kasse. Ich glaube, ich gehe kurz zurück. Mal gucken, wo der Aufzug hinführt, bevor ich jetzt weiter gehe. Das sieht nämlich aus, als er ist wirklich der richtige Weg. Solange die ganzen Viecher jetzt nicht respawnen, hätte ich auch noch um können. Also ich schätze mal, das war jetzt der Aufzug, der jetzt, der vorher mal nicht funktioniert hat. Das wird nur ein Weg zurück sein, schätze ich. Aber ich möchte es mal anschauen. Ja genau, daran erinnere ich mich. Gut, das wollte ich nur sicherstellen. Okay, ich kann nicht auswählen, ob hoch oder runter. Gut. Ich glaube, es ist kein Respawn, Gott sei Dank. Der ist mir halt noch ein Don im Auge, oder? Tja, Loot werde ich jetzt leider keins kriegen. Aber Irgendwas scheint er tot zu sein. Oh, Scharfschutz-Sumonie. Nice. Ah, Scharfschutz-Sumonie. Ah, Scharfschutz. Ah-ha Tja, dann kann ich eigentlich nur nochmal zurück, oder? Wohin? Oder eher den Aufzug nehmen. Dietrich. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ah, hier war ich noch nicht, ja? Zum Fick komme ich in die Haupthalle, in der Haupthalle nach oben. So, da komme ich jetzt in die Haupthalle. Ich will nicht. Jesus Christ. Tja, dann, ähm, ja, gehe ich wohin? Dachboden. Ah ja, guck, da komme ich auch hin. Atelier. Warum ist das eigentlich rot? Komme ich da nicht mehr hin, oder was? Ich probiere das aus. Ich probiere das aus. Ah, die Musik schon wieder. Ich will nicht. Ver... 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 Piss dich. Oh, geh, 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 geh. Verpiss dich, verpiss dich. Ja, ich weiß. Geradeaus. Los, 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 geh, auf, 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 geh. So, guck mal, da ist was. Kommt ihr mir bitte nicht hinterher? Kommt ihr mir nicht hinterher? Kommt ihr nicht hinterher? Gott sei Dank. Was soll das jetzt? Oh! Oh! Deswegen kommt ihr mir nicht hinterher. Ach! Ups! Ehto! Boah! Ich habe jetzt so wenig Munition. Oh! Also ich bin sehr froh, dass ich Munition gekriegt habe. Aber meistens bedeutet das... ...das was auf mich zukommt. Und da bin ich natürlich jetzt auch... Ich bin sehr froh, dass meine Söhne mich erst zu bekommen haben. Die Mutter hat gekriegt, aber ich denke, sie sind lecker. Ich bin verreckt. Danke für nichts. Blöde Wurz. Okay, aber ich glaube, dahinter war nämlich ein Fenster. Ach, okay. Ach, das Tor ist erst runtergegangen, wo ich da drauf geklickt habe. Ich verstehe. So. Oder muss ich die wieder hier rein locken, weil hier kalt ist? Zwei Flink-Munition ist halt schon traurig. Okay, wie kriege ich das jetzt in den Schnellzugriff, dieses Zeug? Das war ein klappes Ding. Ich sterbe, bitte. Ich sterbe, bitte. Oh! Oh! Oh, das will ich nicht. Eigentlich will ich dich nur umbringen. Nicht wütend machen. Ah! Fotze! Mann, bleib doch mal stehen! Es ist kalt. Willst du dich nicht ein bisschen ausruhen? Ja, ich weiß, dass du wütend bist. Aber ich habe nicht sehr viel, um mich zu heilen. Deswegen bleib stehen! Liebe Vampir-Tussi, brave Vampir-Tussi! Tu irgendwas ohne mir nachzurennen, bitte! Oh fuck! Oh Gott! Oh Gott! Verpiss dich! Böses Mädchen! Ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern, dass ich die Flinten-Munition verwendet habe. So eine Scheiße. So, jetzt sind... Es waren drei, oder? Es sind alle drei tot. Halleluja! Dann wird ja die Große ganz schön pisst sein. So, hier scheint es aber nichts mehr zu geben, schätze ich jetzt mal. So, hier ist es so. So, hier ist es so. So, wenn wir das, was wir mal an, was wir ausmusikieren. So, hier ist es so. Okay. So. Hallo? Warum komm ich jetzt hier nicht raus? Ah! Ah, ich verstehe. Ich werde hier nicht raus können. Hier war ich auch noch nicht drin. Aber hier gibt es irgendwie nichts. Ach doch. Oh Gott, wer läuft da und warum? Dann will ich das safe nicht runter, das ist euch aber schon klar. Oh Gott. 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 entweder sie ist direkt über mir direkt unter mir oder hier in dem raum drin hello fuck 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 wo kommst du in die schreibmaschine, dass ich speichern kann hallo mein freund die schreibmaschine die schreibmaschine die schreibmaschine die schreibmaschine die schreibmaschine oh fuck da war einer okay vielleicht ist das nicht so der richtige punkt also gut ich müsste jetzt hier mit sicherheit diese ähm die masken einsetzen allerdings die schreibmaschine die schreibmaschine die schreibmaschine die schreibmaschine Ah, ja, da guck nach. So, komm, Weinglas, kann ich das schon verkaufen? Ja, das ist alles Schatz, also dürfte... Dietrich? Nee, das will ich aber eigentlich nicht verkaufen. Ah, okay. Ah, ich könnte alles verkaufen. So, mehr Wumms oder Waren? Was gibt's denn an Waren? Oh, ausverkauft. Spezialzugierter für die Flinte. Oh, das sind Baupläne. Oh, das ist vielleicht auch nicht dumm. Schauschützen-Munition. Minen. Brauche ich Minen? Weiß ich nicht. Erstmal nicht, nee. Egal, lassen wir es mal dabei. Das passt mir eigentlich schon. Möchtest du schon? Naja. Warum sieht das eigentlich schon wieder so behindert aus? Jetzt habe ich als Save keinen Platz für irgendwas. Yes, ich kann nichts machen. Geil. Oder brauche ich Chemikalien dafür. Die brauche ich aber eigentlich auch für Heal-Items. Oh, habe ich kann speichern. Oh, nice. Jetzt fühlt man sich gleich schon ein bisschen sicherer. Ah, ist ja witzig. War das echt dafür? Hallo? Ah, lol. Hey. Was habe ich falsch gemacht? Ah, was eine witzige Idee. Was habe ich falsch gemacht? Ah, ok. Ne, warte. Da ist, da ist noch ein Loch in der Mitte. Oh, und noch ein Loch in der Mitte. Äh, 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 anlackt. Was ist los? So, wozu war das? War das auch bloß ein Schatz? Weil dann kann ich den direkt auch gleich... Ja, ja, guck mal. Nice. Sehr wertvoll. Direkt dann nochmal speichern. So, ähm, jetzt gibt es noch eine Challenge und zwar alle Fenster hier in dem Schloss kaputt machen. Ah, witzig, das war noch nicht auf. Hallo? Ciao. Und da werde ich mich jetzt ganz kurz widmen dem. Das bedeutet für euch wird es jetzt eventuell ein bisschen unspannend. Ich suche jetzt nämlich Fenster. Da zieht's doch. Fenster? Nein. Haben wir nicht. Ah, was war da? Nichts. Useless! Okay, warte mal. Ähm. Ach. Warte mal. Ach. 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 Da gibt's noch was, wo ich einen Dietrich bräuchte. Ich hab noch einen Dietrich. Wie komm ich hier wieder raus? Äh? Ich bin doch auf die Seite reingekommen, oder? Ach, da. Da. Wow. Na gut, ich will mich mal nicht beklagen. Was knurrt denn da schon wieder? Gar kein Bock. Welche Gegner? Ach, das war... Ah ja, okay. Ich verstehe. Das war mal dumm geschossen von mir. Ah. Ah. So, das waren nochmal zwei Fenster, die sind aber auch schon beide tot. Tod. Äh. Tod. Kaputt. Äh. Da. so. So. da muss ich jetzt in den Innenhof. Oh scheiße. Oh scheiße. Oh fuck. Die hab ich so ein bisschen vergessen. Oh scheiße. Oh scheiße. Oh shhh. Oh shhh. Oh. Oh. Hallo. Ja. Dich brauche ich jetzt auch noch gewiss. Bastard. Keine Ahnung wo ich bin, wo ich hin muss, was ich tue. Okay. Alles wird gut. Okay. Da vorne gibt es entscheidende Tür. Die Tür. Aha. Da hätten wir noch zwei. Das ist schon kaputt. Wo bin ich denn hier jetzt? Aha. Da sind auch schon zwei kaputt. Ich klaue ja einfach ihr. Ihr Sach. Ihr Weinglas habe ich geklaut. Ihr Lippenstift glaube ich. Schon ein bisschen dreist. So. Also das waren hier nochmal die Fenster. Um. Um. soreHHHH Ok, das ist mir irgendwie ungeheuer. Ich glaube ja, wie auch immer. So, wie komme ich hier raus? Ah, nee, da wollte ich eigentlich nicht hin. Also jetzt bin ich wieder da gestrandet. Ist aber auch schon kaputt. Wo läuft die denn rum? Ich höre sie die ganze Zeit. Das macht mich tierisch nervös. Ja, okay, gut. Aber das scheint es hier gewesen zu sein. Guck mal da. Mit Fenstern. Dann hätten wir noch... Ja, da muss ich jetzt wieder gegenüber. Da war doch die aber... Oh, shit. Die ganze Blutlinie von Hausdomekresk ist beeindruckt, von der Art von dir! Okay, jetzt habe ich noch mal zwei erwischt. Das müssen aber drei sein, hm? Ah, ich glaube da vorne... Oh, ich glaube, die tötet mich aber zuvor. Oh, fucking shit. I'm out. Die eskaliert mir ein bisschen zu arg, die gute Dame. Oh, scheiße. Die ist hier schon. Dann halt Muni verschwenden, aber das war das Fenster. So, stopp mal. Pause. Ist doch Pause, oder? Jesus Christ. So. Jetzt... Hier. Ich muss... Oh ja, ich muss jetzt tatsächlich nach links. Ah ja, okay. Das ist ja nice. Ich muss da sogar lang. Schön von ihr weg. Kann die auch aufgeben, das wäre nice. Hier ist noch ein Fenster. Zack. Oh, und sie gibt nicht auf. Wenn jetzt irgendwo eine Sackgasse kommt, habe ich... Shit! Verfolgt ihr mich durchs ganze Haus? Ich will einfach nur weg von dir. Kannst du mich in Ruhe lassen, bitte? Das wäre echt noch... ziemlich sozial von dir. So, wo wollte ich jetzt eigentlich hin? Tja, irgendwie ein paar beschissene Fenster habe ich verpasst. Welche fehlen jetzt noch? Ja, das müsste aber eigentlich das gewesen sein. Hm. Okay, Moment. Das ist blöd. Dann vielleicht doch in der Konzertsaal. Oh, hat er noch was. Geil. Stuhl-Munition. Das ist ja ziemlich awesome. So, das sind aber die drei. Da sind sie zwei auf der Südseite. Das ist auf der Nordseite. Ja, ja. Ja, ja. Okay, alles gut. Okay, das waren aber drei Stück im... In der Konzerthalle. Das passt. Die drei... Side of the Courtyard. Das ist aber... Moment mal, das ist der erste Stock. Ne, das sind doch die drei. Hier komme ich jetzt wieder zum... Ja, genau. Ne, das passt. Okay, da habe ich die aber eigentlich auch alle. Da muss ich wahrscheinlich nochmal hier zu ihren gemächern. Wo waren die nochmal? Hier. Da muss ich hier irgendwas verpasst haben. Warum auch immer. Da müssen es eigentlich sechs Fenster sein. Ja, okay, gut. Dann gehe ich halt nochmal da. Da rein. So, die habe ich auf jeden Fall zerstört. Drei in dem Gang. Vier. Und fünf. So, pass mal auf. Ja, genau. Fünf, das passt. Und dann müssten hier noch drei sein. Warte, wo war jetzt ihr Zimmer? Ja. Eins, zwei. Ah! Ha! Das hatte ich vergessen. So, das sollten aber eigentlich alle gewesen sein. Tja, anscheinend nicht, weil wir noch keinen Erfolg kriegen. Tja, anscheinend nicht, weil wir noch nicht mehr schlafen. Und dann, wir sehen uns wieder.